Hallo Jungs und Mädels, Willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute eine Tour im Karwendelgebirge. Wir starten an der Bergstation Mittenwald. Viel Spaß bei unseren Videos. Wir haben die erste Station geschafft. Hinter mir ist dieser Klettersteig, wo wir dann langklettern. Wir befinden uns jetzt oberhalb des Gerberkreuz. Das befindet sich da unten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir befinden uns auf der südlichen Linderspitze. Wir kommen von da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier sieht man nur noch so rote Punkte. Da könnt ihr euch orientieren. Da könnt ihr hier lang gehen. Hier seht ihr eine kleine Schutzhütte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ota honorable Training wird nie wieder doul вас Two Apps So Jungs und Mädels, das war's nochmal wieder mit unserem Wettersteig-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten leider nicht bis zum Ende filmen, weil der Akku alle war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr schaut auch mal wieder rein. Ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen.